Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch und wir sind wieder da mit What If. So, vorneweg müsste ich erstmal den Patrick wieder begrüßen. Servus Patrick, schön dich wieder bei mir zu haben. Und dann haben wir den Andi noch da. Servus Andi. Moinsen. So, genau. Um euch kurz zu erklären, um was es bei What If geht. What If ist eigentlich im Prinzip das MCU, wie wir es bisher kennen. Nur eine Kleinigkeit ändert sich immer und dadurch ergibt sich dann eine komplett andere Geschichte. Das Ganze wird dann gestaffelt oder in mehreren Episoden ausgestrahlt. Und wir durften vorab die ersten drei sehen. Wir machen aber jetzt erstmal die erste Episode. Wir besprechen das aber auch nicht in Form eines Recaps. Also wir gehen auch nicht jede einzelne Szene durch, sondern wir besprechen einfach nur diesen Punkt, was sich genau geändert hat und was dafür, wie sagt man, was sich daraus ergeben hat dann praktisch. Genau. Vorneweg auch noch eine kleine Spoiler-Warnung. Wir hauen hier auch mit Sicherheit ein paar Spoiler raus. Daher bitte erst immer die Folge schauen und dann unsere Podcast hören. Andi, du hast sie ja auch gesehen, die erste Folge. Danke. Das ist richtig. Genau, sonst wirst du ja nicht hier. So, möchtest du unseren Zuhörer und Zuhörerinnen denn kurz erklären, was denn in der ersten Folge vorkam und was der Clou war, warum das dann auf einmal in der What If Serie erschienen ist? Ja, das ist ja genau dieser Punkt. What If ist ja ein Konzept, das wir aus den Marvel Comics schon kennen. Die heißen auf Deutsch, was wäre wenn, bei DC sagen wir auch Elseworlds-Stories und genau das erwarteten sie auch als Animationsserie. Wir bekommen Geschichten erzählt von Charakteren, die es im Original-Haupt-MCU so in der Form nicht gab. Hier wurden ein, zwei, drei ganz andere Entscheidungen getroffen von Charakteren und das hatte wiederum zur Folge, dass sich die komplette Welt des MCU ganz anders entwickelt hat. Und beim ersten Teil beginnen wir, noch bevor die eigentliche Handlung losgeht, mit einer kurzen Einführung. Und das ist letztlich auch, wie es scheint, der rote Faden der komplette Serie. Nämlich der Watcher erklärt uns, was eigentlich so im MCU los ist, was er so kann und was er selber so macht. Und den kennt ihr wahrscheinlich sehr viel besser als ich. Könnt sicherlich später nochmal erklären, was The Watcher eigentlich so darstellt. Aber letztlich ist es eine Omnipräsenz, die mehr als nur eine Erde in eine Realität, eine Parallelwelt, eine Dimension auf dem Schirm hat, sondern eben alle und dann so ein bisschen erzählt, was er so auf einzelnen Welten miterlebt hat. Und die erste Ausgabe, deren Titel ich gerade nicht kenne, die erzählt die Geschichte von Captain Carter. Und Captain Carter ist hier im Gegensatz zu Steve Rogers diejenige gewesen, die hier dieses Super-Serum gespritzt gekriegt hat. Und deswegen ist nicht eben ja Steve Rogers Captain America geworden mit dem ganzen Drumherum hier Eis und ganz nicht gesehen Infinity War und am Ende nochmal alle Steine zurückbringen. Nein, sie ist diejenige, welche da jetzt so mal richtig aufgebalkt ist. Und trotzdem gibt es Steve Rogers noch. Trotzdem hat auch Steve Rogers in dieser Episode jede Menge zu tun. Und trotzdem müssen wir gegen Red Skull kämpfen. Also das ist der große Aufhänger. Action mit Captain Carter als quasi Captain Carter 2.0. Oder eben auch als Captain Britain. Genau, das ist richtig. Weil sie hat ja nicht so wie Captain America diesen Stern auf dem Schild und auf ihrem Kostüm, sondern halt den Union, wie heißt er, Union Flash, Union Flag. Union Jack, glaube ich, heißt er. Union Jack heißt er, glaube ich, genau. Auf dem Kostüm. Und daher ist er eigentlich, oder ist das eigentlich ein Verweis auf Captain Britain? Hier in der Serie wird sie allerdings nur Captain Carter genannt, so wie Andy das ja auch gesagt hat. Genau, der Kniff hier ist folgender, dass Steve Rogers ja eigentlich hier antreten sollte zum Serum inenzieren, es aber dann zu einem Zwischenfall kommt, der auch eigentlich im Originalfilm ja auch so vonstatten läuft. Nur, dass diesmal halt Steve Rogers sich reinschmeißt, bevor er überhaupt die Injektion bekommen hat und dementsprechend eingeschossen wird und dafür dann Carter in diese Kapsel geht. Und dadurch entfacht so sich die ganze Geschichte, genau. Was ich lustig fand, ist ja dann auch, wie du auch schon sagtest, Steve Rogers bleibt ja trotzdem noch erhalten in dieser Geschichte. Er ist ja dann nicht abgeschrieben, sondern er ist ja der Helfer oder der Sidekick von Captain Carter in Form von so einer Art Iron Man. Das ist eher so in Form des klassischen Iron Monga-Anzugs, also wirklich diese raue Version, mit der er damals auch aus Afghanistan geflogen ist. Das ist noch nicht dieser fahrend herausgearbeitete Iron Man-Anzug, sondern das ist wirklich ein halber Panzer, in dem er da drin steckt, der schmächtige Steve Rogers, also der Ungedopte, wo ich mich gefragt habe, ja, wie will der das Gewicht stemmen in seiner schmächtigen Figur? Wird nicht geklärt, ist auch egal. Und der andere nette Verweis war, dass sie mit Peggy Carter eben dadurch, dass sie keine Soldatin ist, sondern nur eine Frau, mit der irgendwie noch wenige anzufangen wussten. Steve Rogers haben sie quasi in eine Modenschau nach der anderen gesteckt, um mit ihm Amerikad präsentieren und mit der Frau wussten sie nichts anzufangen. Also das war auch so eine nette Verdrehung der Tatsachen. Als Britin ist vielleicht auch nicht so geeignet für US-amerikanische Propaganda, muss man auch mal an der Stelle sagen. Und natürlich auch eine Zeit, in der Frauen ja wirklich, also das Frauenbild katastrophal war. Das ist auch genau der Eindruck, den wir in den ersten Minuten schon kriegen. Sie als Frau ist überhaupt nicht geeignet, das große amerikanische Symbol zu werden. Und sei es nur generell ein Symbol für Freiheit. Und wenn man das hier an der Stelle vielleicht schon mal einstreuen darf, ihr habt jetzt schon gemerkt, wie wir innerhalb unserer Aufnahme geht knapp über sechs Minuten, wie wir bereits gefühlt tausend Themen angesprochen haben. Und ich finde gerade in der ersten Folge geht das echt gut hervor. Der ganze Spaß geht 30, 33 Minuten und es passiert so verdammt viel eine Szene nach der anderen. Und nicht nur, dass hier wahnsinnig viel gute Action präsentiert wird. Es wird auch handlungsmäßig richtig viel dicht an dicht an dicht an dicht an dicht gepackt. Und hier habe ich gerade meine Stichpunkte vor mir. Die erste Episode ist die noch mit den meisten Stichpunkten. Und es passiert wirklich jede Menge. Man kann das Ganze durchaus zweimal gucken. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, mir wurde hier in 30, 35 Minuten das erzählt, wofür sonst anderthalb bis zwei Stunden im MCU aufgewandt werden. Richtig. Ja, das ist auch durchaus der Fall. Es werden auch Themen angesprochen, wie du auch schon sagtest, diese 40er-Debatte mit Frauen. Dann auch die Rettung von Bucky, wie er ja eigentlich vom Zug gestürzt wäre, in Captain America-Film, also im ersten Teil, was er jetzt hier nicht macht. Und dadurch ergeben sich ja auch wieder ganz andere Erzählstränge oder von der Geschichte diese Stränge. Ja. Da hast du schon gut gemerkt. Optisch, finde ich, ist das wie so ein Telltale-Game. Und irgendwie ist es ja auch wie bei einem Telltale-Game, da gibt es ja auch immer so diese Entscheidung, was wäre, wenn? Und inhaltlich ist es halt wie so ein komprimierter Comic, der das Ganze nicht auf übermäßige Filmlänge auswalzen will, sondern wie ein Comic da durch die Themen durchsprintet. Also wie in so einem klassischen Comicheft. Ja, das stimmt. Das ist dieser sogenannte Cell-Shading-Look. Sam hier, der Gamer in der Runde, wird das noch bestätigen können, schätze ich mal. Richtig, richtig. Das ist halt schon optisch, ich glaube, das muss man generell, da fällt mir auf, relativ wenige Notizen gemacht. Aber rein optisch ist es wirklich herausragend, wenn wir jetzt mal Vergleiche ziehen wollen zu dem, was uns auch schon im Marvel-Universum an Animationsfilmen entgegenkam. Es ist auf jeden Fall besser als alles, was ich von Marvel bis jetzt rein optisch gesehen habe, die immer deutlich hinterher hinkten, wenn es im Vergleich eben auch zu DC geht. Wo ich sagen muss, die ganz alten Animationen, die fand ich bei DC auch schon geiler, was jetzt aktuelle Animationen läuft. Und ganz aktuell haben wir wohl auch den zweiten Part von Long Halloween von Batman und so. Worauf ich jetzt inhaltlich gar nicht eingehen möchte, aber so ein bisschen, finde ich, ruckelt das alles wie die Sau. Und das ist ein ganz interessanter bis nerviger Stil, zumindest zeitweise, ich weiß nicht genau, wie es ganz aktuell aussieht, will nur sagen, der Animationsstil hier in dieser Animationsserie von Marvel, der ist toll, das gefällt mir, das sieht gut aus. Das ist vom Lichtspiel her toll, von den Perspektiven her toll. Wir haben in der zweiten Folge zum Beispiel auch mal, warum auch immer, einen Budshot und so. Es kommen ganz interessante Dinge da dazu. Und da muss man sagen, animationstechnisch ist es hier auf jeden Fall ein neuer Maßstab und ein Angriff von Disney, Marvel auf sonstige Superhelden-Animationsgeschichten. Denn soweit ich auch Episoden von zum Beispiel Invincible gesehen habe, eine Serie, die noch mal deutlich brutaler ist als das, was wir hier kriegen, ist das das Schönste von allem, was ich kenne. Das stimmt, das stimmt. Aber es ist aber auch nicht nur optisch, sondern auch tonal. Tonal ist diese Serie auch sehr schön gestaltet, auch mit den Synchronsprechern. Die Synchronsprecher sind alle die Originalsprecher. Also Steve Rogers wird hier original gesprochen und auch Peggy Carter und auch alle anderen Charaktere, die vorkommen, werden von den originalen Synchronsprechern. Aber nur in dieser Folge, das habe ich mir nämlich aufgeschrieben, das Thema Synchronstimme ist hier wirklich, da müsste man mal länger drüber sprechen. Das ist kurzum, jeder Schauspieler oder Schauspielerin, die ihre Figur hier nicht selbst gesprochen hat, das finde ich schon scheiße. Aber ich glaube, Dominic Cooper, aka der Preacher, der hat auch noch mal den Vater von Tony Stark gesprochen, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, das mag sein. Also ich habe auch bei den Stimmen oder bei den Schauspielern, wo die Stimmen vertont haben, auch viele Bekannte wieder gelesen. Also auch Samuel L. Jackson, aber das war dann auch auf einer späteren Folge, ist dabei gewesen. Also die Sache ist ja die, wir haben die erste Folge auf Deutsch sehen können, aber ab der zweiten Folge ist es dann nur noch auf Englisch gelaufen, jedenfalls bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei euch zwei war. Echt? Ich habe alle drei auf Englisch geguckt. Alle drei auf Englisch, okay. Da gab es eine deutsche Auswahl? Ja, zumindest bei Folge eins. Genau, okay. Aber ich möchte noch einen kleinen Einwand einwerfen. Animationstechnisch hat Marvel bis auf Spider-Man, Into the Spider-Verse, echt hinterher gehinkt. Into the Spider-Verse hat nicht umsonst den Oscar, aber ansonsten hinken die nicht nur von der Produktion deutlich dem DC Animated Universe hinterher. Und damit holen sie jetzt endlich mal ein bisschen auf. Andi hat vorhin noch den Wächter angesprochen. Den Uatu. Den möchte ich jetzt kurz auch noch, Uatu, genau, den möchte ich auch noch kurz erwähnen beziehungsweise besprechen, weil für die Leute, die die Person oder den Charakter nicht kennt, der Watcher ist ein Wesen, was schon seit Millionen von Jahren da ist. Und die, was ist das, eine Vereinigung? So eine Rasse? Es ist eine Gruppierung. Also bei Loki, da haben wir ja diese Beobachter beziehungsweise diese Wächter erklärt bekommen. Und im Prinzip kannst du das auf die Erklärung der Watcher ummünzen. Diese Watcher sind halt alle, bis auf den Uatu, unbeteiligt. Uatu hat auch schon mal den Fantastic Four gegen Galactus geholfen. Also der ist ein wenig mehr bei der menschlichen Rasse involviert. Den anderen Watchern ist es egal. Die gucken stumm zu und dürfen eigentlich nicht eingreifen. Uatu hat diese Regel gebrochen. Deswegen ist es der bekannteste der Watcher. Und deswegen erzählt er auch die Storys, weil ihm das offensichtlich nahe geht, was in diesen alternativen Universen eben passiert. Oder passiert ist, genau. Oder passiert wäre. Oder passiert wäre. Genau, er hat ja diese drei Zeiten Ansicht. Also er kann die Vergangenheit, die Zukunft und die Gegenwart beobachten. Und er, wie du schon sagst, ist der Einzige, wo er auch eingreift, weil manche Stränge ihm einfach nicht zusagen oder er es schade findet oder traurig findet, wie es dann verlaufen ist. Da gab es ja bis jetzt im MCU noch nicht so viele Auftritte von ihm. Ich kann mich an irgendeine Post-Credits-Szene erinnern, wo er auf dem Mond rum sitzt und Stan Lee sitzt daneben, richtig? Das war keine Post-Credits-Szene. Das war mitten bei Guardians of the Galaxy 2, wo sie halt durch den Hyperraum gedüst sind. Da hatten sie einen kurzen Abstecher zu ihm gemacht, glaube ich. Genau, da sind sie an ihm vorbeigedüst. Richtig. Und ich muss noch dazu sagen, die Serie ist am Anfang so ein bisschen aufgebaut wie X-Faktor. Also er erzählt aus dem Off, dass es halt die verschiedenen Zeiten gibt und die ganzen Zeit Stränge so aufgebaut ist wie ein Prisma und man dementsprechend halt, wenn auch nur eine Kleinigkeit sich verändert, schon eine ganz andere Erzählung daraus ergibt. Und die Geschichte zwischen Steve und Peggy, die verläuft hier ja ähnlich, nur dass diesmal Peggy, die treibende Kraft ist, die sagt, sie will einen Tanz mit Steve haben und möchte sich am nächsten Montag oder ich weiß gar nicht mehr, am nächsten Tag, wo sie sich treffen könnten, einen Tanz mit ihm. Weil in dem Originalfilm Captain America war es ja andersrum. Ja, hier ist es halt wirklich die Emanzipation, sobald Peggy Carter loslegen darf, haut sie auch deutlich mehr drauf als der im ersten Teil noch ein bisschen schüchterne Steve Rogers. Also sie zerlegt halt Panzer, sie benutzt den Schild nicht nur als Schild, sondern auch richtig übel als Waffe, schlitzt er mit Panzer auf und so. Sie ist da irgendwie schon aggressiver. Abjahrteil, genau. Und was mir halt noch aufgefallen ist bei der Sequenz mit Red Skull, dass dann auf einmal große Tentakel aus dieser Höllendimension kamen. Also wir steuern auch so langsam auf das Multiverse of Madness zu. Aber das ist eine Frage, die ich hier auch stehen habe, diese Hydra-Krake, die man ja auch als Hydra-Symbol kennt und so. Hat die in den Comics mal wirklich einen Auftritt? Gibt es irgendeinen Hintergrund zu, zu diesem Krakenmonster oder generell dem Symbol? Also es gibt eine Geschichte, wo ein Kraken eine große Rolle hat und daher auch die Ursprünge von Hydra vorkommen. Ob das jetzt aber hier genau die Hydra darstellen sollte, die für diese Organisation Hydra zuständig ist, das kann ich dir jetzt leider nicht beantworten. Ja, weil ja schon spannend ist, dass der Red Skull dieses Parallel, also dieses Dimensionstor aufmacht, dann kommt da plötzlich diese Kraken raus, als hätte er ja ziemlich konkret das Ding angesteuert. Nur damit dann im Endeffekt, sagen wir mal, und jetzt zu sehr zu spoilern, was jetzt in der ersten Folge passiert, das Ganze dann auf jeden Fall nicht auf dem Krakenplaneten stattfindet. Ja, richtig. Nee, wir erkennen da halt so gewisse Parallelen auch zu Hellboy. Da gab es auch dieses Krakenwesen. Und diese Krakenwesen sind immer so eine Anspielung auf Lovecraft, also auf den guten alten Cthulhu. Vielleicht ist Hydra wirklich an den klassischen Cthulhu angelehnt, wir wissen es nicht, aber nach der Folge würde ich fast sagen, ja. Gut, Jungs, wir hatten die Optik, die war gut. Wir hatten Soundtechnisch, die war gut. Und Story, was ich sehr lustig fand am Schluss, weil wir gedacht haben, jetzt, okay, dadurch, dass nicht Steve Rogers Captain America wird, sondern sie praktisch die Rolle übernommen hat, verläuft es vielleicht anders. Aber nein, auch sie verschwindet für 70 Jahre. Ja. Wir haben einen Bucky Barnes, der nicht ganz so präsent ist und vielleicht auch nicht von Hydra manipuliert wird. Also das hat sich zumindest nicht abgezeichnet. Er hat zumindest ohne Steve Rogers nicht so seinen hellen Tod, seinen Vorzeichen gehabt. Auch dadurch, dass Red Skull nicht gleich den Tesseract hatte, so wie in dem Film, konnten die auch diese ganze Technik nicht entwickeln. Weil die hatten ja im Film, die Hydra-Soldaten, diese Rüstung mit diesen Faser-Kanonen. Und er hatte auch dieses Raumschiff, das hat sich jetzt in der Folge alles gar nicht entwickelt, weil er gar nicht am Anfang diesen Tesseract gleich bekommen hatte, wie im Film. Und durch diese Forschung haben sie auch nicht die erste Human Torch entwickelt. Also die menschliche Fackel, quasi den Vorgänger von Johnny Storm, so gesehen, auch wenn die nicht so viel miteinander zu tun haben. Aber es gab vor der menschlichen Fackel von den Fantastic Four schon mal eine menschliche Fackel, die ein Regierungsexperiment war. Gut, also Jungs, habt ihr noch einen Punkt, wo ihr noch drauf eingehen möchtet? Tatsächlich, ich habe hier noch ein paar Stichpunkte, die werde ich aber in mein Fazit alle packen, weil wir das hier auch nicht so lang werden lassen wollen. Aber ein Ding noch, das fand ich ganz interessant, wir haben uns ja vorab kurz unterhalten über die Frage hier, what if, was für ein Konzept ist es und so. Und Sam, du hattest eine ganz interessante Erklärung, warum es eben nicht so ist, dass das hier Variationen sind, wie wir sie aus Loki kennen, also Variationen von Figuren aus dem MCU, sondern eben doch was anderes ist. Das fand ich deine Erklärung ganz gut. Vielleicht magst du das nochmal wiederholen. Also ich hatte ja gesagt, dass das keine Varianten sind wie bei Loki. Da haben wir ja diese Varianten kennengelernt, dass die sich anders entwickelt haben, weil es auch andere Personen an sich sind. Man hat es ja bei GroKoLoki zum Beispiel gesehen oder den Gangster-Rapper-Loki, sage ich jetzt mal. Oder Old-Man-Loki. Oder Old-Man-Loki, genau. Die haben sich alle anders entwickelt und sind auch alle anders entstanden. Hier würde ich jetzt nicht direkt von einer Variante sprechen in der What-If-Serie, weil es entspricht ja trotzdem dem MCU, also den Charakteren des MCU, nur dass sich eine Kleinigkeit verändert und dadurch halt die Geschichte anders erzählt wird. Ja, gerade hier in der ersten Folge, finde ich, sieht man es am stärksten. Hätte Steve Rogers die Spritze bekommen, wäre er auch Captain America geworden. Also wäre die Geschichte auch so verlaufen, wie wir es ja aus dem Film kennen. Und dadurch, dass er aber nicht die Spritze bekommen hat, ist es halt anders verlaufen. Aber die Charaktere sind trotzdem noch die gleichen. Ja, ich würde sagen, dass es durch irgendeine Art kosmische Entwicklung, für die die Charaktere nichts konnten, sondern wirklich so eine Fremdeinwirkung, dann anders gekommen ist. Die Variante von Old-Man-Loki hat sich so entschieden. Kroko-Loki hat sich so entschieden. Aber hier in diesen alternativen Universen, da wurde die Entscheidung diesen Leuten abgenommen. Mein Punkt ist halt der, wie du schon sagst, es gibt bei Varianten ein Krokodil, das Loki ist. Aber hier sind es ja trotzdem die Charaktere, die wir kennen, die sich aber nicht wirklich verändern, sondern nur in eine andere Richtung einschauen. Das ist genauso, wie du, wenn du sagst, wäre ich hier statt links rechts gelaufen, hätte ich den nicht getroffen, hätte ich die nicht gesehen und hätte mir das nicht gekauft. Und dann will ich kurz noch darauf eingehen, wir hatten jetzt die ersten drei Episoden gesehen und ihr habt vielleicht im Internet schon gesehen, was für Figuren da dann auftauchen, unter welcher Variation und so. Und ich kann auf jeden Fall nochmal einen dringenden Blick auf das offizielle Hauptplakat von What If empfehlen, denn da gibt es nochmal einen ganz guten Einblick darauf, was da noch so auf uns zukommt. Und ich sag mal, die Figuren der Guardians wären noch wichtig, alles rund um Spider-Man, der noch gar keine Rolle zum Beispiel gespielt hat, wird wichtig. Und auch eine bei den Fans sehr beliebte What-If-Geschichte, die ich nicht weiter besprechen möchte, aber ich habe das alles auch im Trailer gesehen. Kommt vor, also ich habe echt Bock auf das, was hier passiert. Und weil ich gerade schon so im Flow bin, wäre ich jetzt auch schon so im Fazit-Modus. So sieht es denn bei euch aus. Ja, definitiv. Und da du das schön angesprochen hast, würde ich dich direkt bitten, nimm das Fazit. Dann hau mal raus. Das ist eine Serie, die ist von vorn bis hinten ausschließlich für Fans des MCUs gedacht. Es macht nahezu gar keinen Sinn, das zu gucken, wenn man mit diesen Figuren und diesem Universe überhaupt noch keinen Kontakt hatte. Man kann überhaupt nicht schätzen, was das Besondere an einzelnen Situationen, Szenen und so weiter ist. Denn insbesondere auch in der ersten Folge sieht man es doch sehr deutlich, da sind viele, also von einer Anspielung auf die Filme zu sprechen, wäre untertrieben. Es sind letztlich teilweise eins zu eins Szenen aus dem Cap-1-Film, Captain America-Film, beispielsweise wie sie durch eine Tür treten. In dem Fall eben Cap Carter steht in der Mitte, hat eine Pistole, glaube ich, in der Hand, keine Ahnung. Und so und um sie rum ist eben diese Crew, die auch einen super tollen Namen hat, also halt mit, 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 ähm... Dam, dam, dumm, du. Dam, dam, dumm, du. Ganz genau. Also, wisst ihr wie, das sind eins zu eins Szenen aus dem Film, auch diese Geschichte mit dem Zug oder so, das gibt es in der Form genauso, auch im Film. Das ist der Mehrwert, der sich hier aus What If ergibt. Das macht mir persönlich sehr viel Spaß. Wir sehen in der ersten Folge richtig, richtig tolle Action-Action, wie sie wahrscheinlich nur in Animationsfilmen überhaupt möglich ist. Beispielsweise eine Luft-Action-Kampfsequenz, wo Cap quasi von Flugzeug zu Flugzeug springt. Das wäre so in der Form nicht sinnvoll im MCU möglich gewesen. Aber hier in dieser Animationsserie funktioniert es richtig gut, macht mir super viel Spaß. Ich habe da wirklich einen großen Unterhaltungswert rausgezogen. Fand viele auch der Twists und Tweaks, die da genutzt wurden, sehr sinnvoll und gut. Ich fand auch wirklich die Interaktion zwischen Steve und Cap Carter, die hat auch einen Peggy, ne? Peggy. Also zwischen Peggy und Steve fand ich echt super. Das macht Spaß. Auch weil da dieses Bild gebrochen wird vom klassischen männlichen Helden mit seinem Love Interest, die einfach top aussieht. Sehen die ja auch beide top aus, aber auf ihre ganz eigene Art und Weise. Sie könnte quasi ja eine Sumoringerin oder Wrestlerin sein, also aufgepumpt quasi. Und er ist natürlich eher so ein bisschen schmächtig. Das ist ein ganz tolles und auch gut gewähltes Bild. Das finde ich toll, dass hier solche Pärchen auch dargestellt werden. Ich fand generell interessant, dass das Hydra Castle, in dem es auch Szenen gibt, also ein großes Schloss, in dem so ein bisschen auch das Finale stattfindet, der Folge, mich schon sehr ans Disney-Schloss, nur in Schwarze. Das muss ich mal sagen. Und ich fand es wie gesagt noch schön, dass der schmächtige Steve, der im Film vor seiner Injektion und so ein bisschen ja auch eigentlich das komplette MCU hindurch, er so schüchtern wirkte und er so ein bisschen zurückhaltend, gerade eben noch im ersten Cap vor der Injektion, das ist hier irgendwie dann so weg. Also er wird wahnsinnig, er taut auf, das war das Wort, er taut super schnell auf und ist dann auch im Umgang mit Peggy Carter lang nicht mehr so schüchtern, wie ich es irgendwie noch erwartet hätte. Das finde ich auch toll. Ja, und ich bin generell gespannt und da gehe ich jetzt nicht weiter ins Detail, um nicht absolut alles wegzuspoilern, was diese What-If-Serie langfristig für einen Impact aufs MCU haben wird. Gerade diese Madness of Multiverse, was wir ja alle auch irgendwie sehnlichst erwarten. Ich gehe stark davon aus, sehr stark davon aus, dass wir hier Impact auch für die Folgefilme haben werden, die natürlich wieder nur Fans erkennen werden, aber das genügt mir völlig. Ich habe da mega Bock drauf und bin von der ersten Folge insgesamt doch recht angetan. Ich müsste gerade ernsthaft überlegen, was mir nicht so gefiel. Ich bin mir bei den Synchronstimmen nicht so sicher, ob das die Original-Synchronstimmen waren im Englischen. Ich habe hier die englische Ausgabe geguckt. Das fände ich schon blöd, wenn das jetzt hier nicht der Fall wäre. Und was vergebe ich insgesamt an, was geben wir eigentlich an Punkten? Ich würde sagen, da es um Captain Carter geht, würde ich sagen, wir verteilen Captain-Schilder mit der Union-Jack-Flacke drauf. Dann vergebe ich hier für die erste Ausgabe wirklich sehr angetan viereinhalb von fünf Union-Jack-Shielden. Sehr schön. Patrick, ich darf dich bitten. Na klar. Wie es Andi schon so schön zusammengefasst hat, das ist eine schöne Wundertüte für Fans des MCUs. Alle anderen werden da wirklich in die Röhre schauen und ein Dutzend Fragezeichen haben. Ich hatte mal einen Spaß. Ich fand diese ganzen Variationen und diese ganzen Twists cool. Auch dass die mit dem Comic-Format richtig gespielt haben. Das hätte im Filmformat niemals so funktioniert. Das wäre viel zu abgedreht gewesen. Das wäre Fast and the Furious-Level gewesen, sagen wir es mal so. Was die da in Sequenzen abfeuern. Hier hat sich das organisch eingefügt. Ich mag Uatu auch als Erzähler. Das ist wirklich so der Jonathan Frakes des MCUs gefühlt. Und ich vergebe auch 3,5 von 5 britische Schilder. Diese Folge, um die Andi rumeiert, auf die freue ich mich wahrscheinlich mit am meisten. Jeder, der meine Referenzen kennt, weiß auch, welche Folge ich meine, auf welche ich mich besonders freue. Aber wir werden sehen, ich habe da mal einen Spaß mit. Und ich war bisher von allen drei Folgen richtig schön angetan. So, und da ihr beide jetzt so schön richtig alles ausgebreitet habt und alles eigentlich schon erklärt habt, fasse ich mich kurz. Ich bin da völlig bei euch. Ich vergebe 4, weil es mir sehr gut gefallen hatte. Und es liegt nicht daran, weil ich großer Captain America Fan bin, weil wir sind hier Captain Carter. Aber ich bin da völlig bei euch. Ich gebe Andi bei allen Punkten recht. Ich gebe Patrick bei allen Punkten recht. und mir hat die richtig gut gefallen und auch die weiteren Folgen hoffe ich natürlich auch auf die Folge, wo Patrick angesprochen hat, dass die genauso gut werden. Gut, dann möchte ich jetzt noch kurz auf unsere Shownotes verweisen, denn in unseren Shownotes findet ihr unter anderem einen Paypal-Link und einen By-Mir-Coffee-Link. Da könnt ihr uns ein bisschen unterstützen. Auch für solche Projekte ist das immer gut, da wir ein selbstfinanzierender Podcast sind oder auch ein Projekt hier mit diesen Podcasts beziehungsweise Recaps und jetzt auch What-Elef-Besprechungen. Und das würde uns halt immer gut helfen. Unter anderem findet ihr aber auch in den Shownotes Links zu Social Media, wo ihr euch auch auslassen könnt, was euch gefallen hat, was euch nicht so gut gefallen hat. Auch da sind wir immer ganz gespannt drauf, weil wir gerne sowas lesen. Und auch da könnt ihr den Weg zu uns finden, denn dadurch hatten wir auch schon Gast-Sprecher, die uns gehört hatten, uns geschrieben hatten und dann letztendlich bei uns auch im Cast waren. Also auch alle Wege offen in der Richtung. Genau. So, und jetzt sind wir an den Punkt gekommen, wir verabschieden uns. Goal. Sag ich erstmal, ich wünsche euch allen eine wunderschöne gute Nacht oder wunderschönen guten Morgen oder wunderschönen guten Tag, je nachdem, wann er es hört. Und überlasse jetzt noch Patrick das Wort und dann am Schluss der Andi. In diesem Sinne. Ciao. Bis dann. Und lest mir Comics. Jo Leute, war geil. Bis zum nächsten Mal und es kommt bald. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStandfisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.